Wir brauchen doch Untertitel. Ähm, Persönlichkeitskrieg ist jetzt hier am Anfang. Okay, das alleine mit Freunden, mit Familie. Oh Mann, das ist wirklich schade. Ja, ist so. Ja, spontan eher nach Planen. Definitiv nach Planen. Gut zu wissen. Und was über die Politik? Was würdest du tun, wenn du mit unserem Land regieren würdest? Rebellieren, so viel ich kann. Wählen gehen, um Veränderungen zu bewirken. Gibt es mehrere Auswahlmöglichkeiten? Erwägen, ins Ausland zu ziehen. Nichts von all dem. Gibt es mehrere Optionen? Weil... Ähm... Ja gut, in Deutschland wählen gehen, um Veränderungen zu bewirken. Ja, ja. Ich meine, ich gehe wählen. Geht bitte auch alle wählen, aber... Ja, um Veränderungen zu bewirken. Ähm... Mit Realitätszukommen, das Gefühl von Angst zu erleben, ein Rätsel zu lösen. Für einen Film gucken, mit Rätsel... Okay. Ja, Detektivfilme. Mit Realitätszukommen, etwas zu lernen und zu entdecken. Ja, lachen, so viel Comedy guckt ich gar nicht. Als für zumindest... Lernen und zu entdecken. Äh, ja. Ich glaube am ehesten der Realität zu entkommen, das trifft am meisten. Aber du könntest auch ein Film sehen, um... Zu lachen, etwas zu fühlen, etwas zu lernen und zu... Also zu viel für Angst, nee. Was zu fühlen... Entdecken würde es passen, wenn Lernen davor steht... Ich weiß nicht. So eine Abenteuer zu erleben. Das ist derselbe Grund, warum ich Videospiele spielen, um eine Abenteuer zu erleben. Um... Sachen zu... Ja... Entdecken, die... Auf dem... Also Lernen... Ja... Dann mache ich etwas für... Also eine Abenteuer... Also ich mache auch... Ich mache Story, die halt einfach was hat. Weil etwas passiert, wenn man dann einfach was dann... Und die auch emotionaler wird und so weiter... Das finde ich halt kursartig. Deswegen... Haha, danke. Gut zu wissen. Und ich denke, du bist wie die anderen Runaway-Teams... Die versuchen, Petria zu fliehen. Es ist wirklich gefährlich, die Grenzen zu fliehen. Und du musst mit den Leuten, die du auf der Weg kennst. Glauben mir. Geh nicht auf mich verweilen. Aber jede Entscheidung... könnte deinem Besten und Petria auch. Okay. Ich denke, es ist Zeit für dich, um den Weg zu treffen. Ich hoffe, du bist bereit. Ich bin hier auf unserer Nationen-Border unter National Mountain. Der Ort der Black Brigade-Terrorist-Attack in 86. If you don't remember... Hundreds died that day, when a brigade truck carrying explosive devices crashed into the mountain, triggering its peak to collapse. In two months, on the same day as the nation's election, in the same spot where I'm standing, the 10-year commemoration honoring the victims... Stand in bed! Give us all your darn money! Bitch! Yeah! All your darn money! Robbery in progress. All cars in here. You respond immediately. Unit two here. On my way. Over. President Tyrak, the man who broke the border wall behind me, protecting our nation, will be there. Protecting our nation? Ha! This event promises to be a solemn moment, and a time to celebrate the announcement of our next president. Ugh. Total BS. Of course, I'll be there live, giving you the real story as it unfolds. This has been GNN's Sonia Sanchez, reporting live. Road 96. Unlocking the war and Mr. Sip, ne, Sir Me. I think it will be a great game. I've heard only positive about it. And... Yeah, the trailers are great. And I think this could be something really good and great. Police Academy. Was jetzt fahren wir Auto? Ein Auto von Patria Motors wird ja Motors eine starke Nation. Eine starke Nation braucht starke Autos. Ok, wir haben nichts zum Spielen. Oh, ok. Wir haben jetzt Handwerk gekauft, um in dem Auto spielen zu können. Jetzt haben wir ein Stück gefunden. The Road. Jetzt können wir spielen. Das wird früher oder später noch Survival. Fahrzeugpapiere. Da ich gerade ein Getränk gefunden habe, was wir trinken konnten, denke ich mal, das was früher oder später trinkt wird. Luft erfrisch auf das Auto von Patria Motors. Einzigen Autohersteller in Patria. Patria Motors soll dafür das Auto frisch riechen. Darf ich mal ganz kurz? Oh, Franny. Spielen wir wahrscheinlich gerade. Untertitel anmachen. So, was haben wir hier? Das haben wir schon geöffnet. Wir können schnell fahren. Oh, verdammt. Die Polente. Officer, wir sind in der Wüste zu schnell gefahren. Wo kein anderes Auto ist. Wir sind hier mitten in der Wüste. Okay, die haben wir hier. Wir sind mit einem anderen Polizisten klar. Bist du hier auf der Patrouille? Bist du nicht zu gewahlen? Da habe ich hier. Ähm. Das hier bitte sehr. Oh kacke, wir sind nicht der den Werfung geben zu sein Oh kacke, jetzt auf einmal schnell, als ob wir ihn gerade noch angehalten Sorry, aber ich darf nicht so schnell fahren Oh kacke, ich habe ihn Kein Ding! Oha! Knappe Sache! Das war nicht knapp, sondern ich hab den einen runter geahmt. Bei unseren Autos ist noch nichts passiert. Oha! Ich muss mich aufs Fahren konzentrieren. Und sonst so? Lass dich, Kind! Stopp! Ich hab die mal gebremst. Verdammt! Ich möchte dich nicht sagen. Es ist sicher für diesen Weg. Ich möchte dich nicht sagen. Es ist sicher für diesen Weg. Geh! 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 Okay. Ich werde ehrlich gesagt auch gar nichts mit zu tun haben. Im Moment. Ist nicht unser Bier. Geh! Mhm. Pass! Was? Suche auf neue Dialogsoption bei einem Gespräch mit der Polizei. Aha! Oh kacka! Was denn da los? Was? Tank gerne! Dann werden sie wahrscheinlich noch bis zur Tank geschaffen, oder? Dann werden sie wahrscheinlich noch bis zur Tank geschaffen, oder? Ja. Davon habe ich gehört. Das ist so ein Spiel, wo man... Wir haben wahrscheinlich jetzt schon einige Entscheidungen getroffen, die wir... ...die unseren Weg bestimmen. Da kann man... Mit jedem neuen Run kann man... ... ein komplett neues Abenteuer erleben. Durch die verschiedenen Entscheidungen. Ich habe mich jetzt mal entschieden, mich daran rauszuhalten. Welche, die von der Polizei verfolgt wurden. Da habe ich jetzt noch ein bisschen... Für den Anfang des Spiels... Ich bin da nicht sofort... Nach den ersten Minuten des Spiels schon... ... in Gefahr gehaten. Welcome to the Night Skies. Campground. Ab jetzt hat Auswirkungen... ... und Präsident Teilwerk. Hoffnung für Patria. Präsidentschaftswahl 1996. Wählt für Veränderung. Gewählt Senatorin Flores. Präsident Teilwerk. Hätts Patria sicher. Wählt Präsident Teilwerk. Das wird doch hier der, der die Mauer gebaut hat sein. Vermisst Jugendliche. Wenn Sie irgendwelche Informationen haben... ... rufen Sie sofort 555555 an. Wenn Sie weniger Belohnung... ... rufen Sie 96112 an. Wenn Sie Informationen über den Funksender... ... der Brigade haben. Okay. Die Straße können nicht laufen. Go Boats. Okay, wo sind wir hier? Süße Katze. Du weißt... ... das ist eine andere Grund... ... warum Tyrax dir die Kinder... ... du weißt... ... woher... ... so dass dein Vortrag nicht gehört wird. Das ist Mr. Bottles. Nicht schuldig. Der Mann ist ein wilder Mann. Das können wir nicht. Ah, für Flores ist die... ... das ausschaut. Okay, können wir nicht reinlocken. Ich habe einen Platz. ... Tapes und Snacks... ... die ich gerne... ... die ich gerne... ... die ich nicht rein... Oh, hallo. Aha, ich dachte... ... das wird ein Erfolg. Und das ist uns nicht gleich verprügelt. Wahrscheinlich der Erfolg. Einen Dollar haben wir. Ist ja ziemlich schlecht. Wahrscheinlich besser als nichts. Wir müssen uns alles nicht leisten. Essen und Kassette. Musik geht gut mit der Straße. Es ist wie das perfekte Kompliment... ... um auf einer Straße zu sein. Jetzt ist es bald... ... ich kriege... ... ich kaufe dir das aber. Das sieht doch sehr ritterlich aus hier. Ich habe das Zwei kennengelernt... Das Zwei kennengelernt... ... mit Gefährdung. ... mit Gefährdung. Sie hat nur... ... ein Glasinstrument. ... mit Gefährdung. ... mit Gefährdung. ... mit Gefährdung. Sie hat meine Sicherheitskamera auf. Sie ist ein Kriminale-Mastermind. So sieht sie aus. ... mit Gefährdung. ... mit Gefährdung. Sie sind ein Kriminale-Mastermind. Sie sind die Kinder-Kennig-Kennig-Kennig-Kennig-Kennig-Kennig-Kennig-Kennig-Kennig-Kennig-Kennig-Kennig. Ich sehe eine beschissene Wohnwagen so schlimm, hm? Was machst du da oben? Um die Sterne zu schauen? Ich weiß, ich weiß, es ist schweizig. Ja, wir sehen nicht schlecht aus. Es ist ein paar Karte, die hier oben ist. Und du tanzenst Karl. Er ist wie dieser Mann, der wirklich kompetitiv an den Tanzen ist. Du wirst ihn wissen, wenn du ihn kennst. Aha. Sie ist mir doch gleich sympathisch. Wir haben wahrscheinlich kein Geld. Wir haben nur einen Dollar. Keine Idee, wo wir Geld kriegen. Gecken können wir noch nicht. Ne, wandalieren tue ich nicht. Nicht bei ihr. Wir machen jetzt schon ein paar Tage. Mit dem Präsidenten. Punkt 9. Die Voice der Brigade. Das ist dein Papa-Baby hier. Mit der nächsten Fraud der Wahl, mehr und mehr Länder kennehen für die Resignation des Tyrantes. Ich meine, Tyrak. Aber werden sie runtergehen? Natürlich nicht. Das ist weshalb, liebe Zuschauer, wir müssen die Regierung und die Regierung so viel wie wir können. Wir können uns jetzt ein bisschen zu verdienen. Nein, er nicht. Verlone, rufen Sie. Okay, ja. Wir können die Regierung wiederfliegen. Es rufen Sie. Wir müssen diese Regierung wiederkommen. Hey! Du hast nichts Geld? Nein, ich hätte Geld selbst gegen ein Reiches. Oh, genau. Ich hoffe, ihr habt ein neues Geld. Die Musik ist echt gut. Ich versetzte die Bühne an. Okay, da ist keiner. Es gibt mir gleich die Live-Streme 2 für links. Die Camping-Streme. Aber ein Versuch wert. Okay, zum Tanzen... Aber wir haben kein Geld. Dann würde die CD auf jeden Fall wieder die Kassette wieder haben. Okay, da waren wir noch nicht da oben. Naja, ein bisschen los bin ich. Wir werden hier aber keinen Wohnwagen kriegen. Und wir haben kein Geld. Wir müssen schneller in Geld kommen. Hier gibt es auch nur noch was zu essen. Essen brauchen wir und Zeugs brauchen wir. Was willst du? Auf meiner Grunde? Definitiv nicht. Schlafen für 25. Schlafen für 50. Haben wir nicht. Verdammt, ich will jetzt nicht verjagt werden. Wo ist denn der Tanzen da? Der ist mir noch nicht verjagt. Der ist mir noch nicht verjagt. Essen stehen. Dann reparieren. Dann reparieren. Maa! Die TV arbeitet wieder! Es ist ein Miracle! Essen stehen, wenn ich noch nicht so lange ich noch ganz noch nicht dringend nötig habe. Die haben wir schon geredet. Die haben wir schon geredet. Die haben wir schon geredet. Für Tanzmusik. Für Tanzmusik. Dann muss er immer hin. Die haben wir schon geredet. Die haben wir schon geredet. Was ist das denn mit mir mit mir? Hm. Es gibt ein Karten drin 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 drin, neben dem Mann. Aber er ist ein Karten. Okay. Es gibt ein paar Karte, neben dem Mann, aber er ist ein Schlafer. Äh, ich gebe meistens nicht Geld an die jährigen Kinder, aber du siehst, was ist das Wort, pathetisch. So, immerhin nur irgendwas, bis wir uns mal was leisten können. Was, ist doch mitten in der Nacht. Wir hatten einen strengen Tag. Was soll ich denn sagen? Gnowsicht. Ich wollte aus Petria raus, wie du, glaube ich. Mein Vater denkt, dass ich auf eine große Reaktion. Die Wahrheit ist, dass ich nie wieder zurückgekommen bin. Um ein normales Leben zu haben? Mein Vater sagt, dass ich glücklich bin, weil ich hier ein Privileged Leben habe. Aber das Leben mich entschuldigt. Especially jetzt, dass ich weiß... Hm. Ich, ich weiß nicht. Aber es muss besser sein als das, nicht? Ich bin nicht im Dunkeln. Ich bin nicht im Dunkeln. Ich bin nicht im Dunkeln. Ich hab das immer alles gespielt. Du weißt Komm schon, keine Angst! Nicht schlecht, nicht schlecht! Jetzt probieren wir es mit der Musik Ich hab hier ein Spiel Ich hab jetzt scheiße am Spielen Ja, das war es, ey Der Tobi Mein Stomach schmerzt Ich gebe mein Bestes Die Mausstörmung ist nicht gerade das Beste Alles klar Ja, alles klar Es ist 3 in der Morgen Ach, heilt die Fressen Spielverderber Das ist es! Ich komm vielleicht gemeinsam abhauen Ja, stimmt Ja Ja Es ist so, wie wir das machen müssen Wir müssen uns selbst machen Um Adulter zu werden Oder etwas Sie ist mir sympathisch Wir sollten wahrscheinlich beginnen zu packen Ich hoffe, wir sehen uns wieder Ich hoffe, wir sehen uns wieder 686 Kilometer bis zur Ganzen 686 Kilometer bis zur Ganzen Wir sehen uns wieder Bis zum nächsten Mal 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 I know the road is my own